Hallo, ich bin Janne Stebos und gehe auf das Gymnasium Hochrad in die 12. Klasse. Und ich bin heute hier bei Tide, um euch einen Song vorzustellen. Jetzt kommt Deichkind mit Bück dich hoch. Ich bin Arne und ich grüße meine Eltern. Und jetzt kommt der Song Du von Crow. Hallo, ich bin Simon und ich grüße meine Freunde und meine Eltern. Und jetzt kommt der Song 30 Grad von McFitty. Hallo, mein Name ist Alicia. Ich bin 12 Jahre alt, komme aus Hamburg. Und jetzt kommt das Lied Ohne dich von Selig. 1995 war ein geiles Jahr in jeder Hinsicht. Damit gefällt es, da kam ein geiles Produkt auf den Markt, Windows 95. Was hat das mit dem nächsten Song zu tun? Der nächste Song war die Kampagnenmelodie für Windows 95, Start Me Up, Rolling Stones, in der Live-Vision 2013, Hyde Park. Hallo, hier ist Tide in der Nacht des Wissens. Und das ist meine Weltpremiere. Ich habe noch nie vor dem Fernsehkamera gestanden. Also, das nächste Song ist Itch von Itch, Life is Poetry. Aber ich möchte noch die Gelegenheit erreichen und Linda grüßen, Colin grüßen, Sepp grüßen, Anja grüßen, Renate grüßen. Und mein Sohn sitzt da drüben, der möchte gerne Max grüßen aus Uelzen und Otis aus dem Karo-Viertel. Wir freuen uns auf den Song von Itch, Life is Poetry. Hallo, also ich bin Alina und ich möchte euch jetzt den Song präsentieren von The Pretty Drickless, Messed Up World. Und ich möchte Easy grüßen, die da vorne steht und sich tarnt. Und ja. Hallo, ich bin Finja, ich bin 13 Jahre alt und ich möchte gerne meine drei besten Freundinnen, Emily, Kira und Jasmin grüßen. Hallo, ich bin Lena, ich bin 12 Jahre alt und ich möchte gerne meine Freundin Christine grüßen. Jetzt kommt für euch die Mauer von Johnny Mauser. Viel Spaß! Hallo, hier ist Jeremy aus Hamburg. Ich bin Student hier an der Uni Hamburg und ich wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten Song. Was war das nochmal? Zebrahead und Star irgendwas. Viel Spaß! Hallo, ich bin die Ricarda, ich bin 14 Jahre alt und würde gerne meine Schwester grüßen, die Franzi. Ich kenne da so ein Lied, das ist so richtig cool, das heißt Du von Crow und das werdet ihr jetzt hören. Hey, ich bin Sina, 24 Jahre alt, komme aus dem Vorort von Hamburg und ich studiere Soziale Arbeit. Und jetzt kommt mal was ganz anderes, nämlich Jammerer mit La Famille. Eine super coole Band, kann ich nur empfehlen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Hi, ich bin Tom, 13 Jahre alt und habe heute folgenden Song für euch. MC Fitty, 30 Grad. Diesen Song finde ich persönlich ziemlich cool, den habe ich oft im Urlaub gehört und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Hi, live aus der Nacht des Wissens. Ich bin die Nicola. Ich kann euch nichts zum Song erzählen, aber ein bisschen was zu mir. Und zwar habe ich hier gerade mein Studium angefangen und singe nebenbei. Jo, und jetzt kommt nämlich von Pipes and Pins Never Let You Down. Schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Jörg Müller. Heute moderiere ich mal nicht meine Weltnachrichten, sondern ich mache Werbung für, wie heißt die Sendung noch? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist auch egal. Ich möchte jetzt die beiden Musikstücke ankündigen. Einmal von Bombshell Rocks Without Destination. Guten Tag, hier ist Christine und ich sage den Song von I Fire an, zwischen Frühling und Herbst. I Fire ist wirklich so eine tolle Band. Ich mag die super gern und versuche immer zu den Konzerten zu gehen, wenn ich das schaffe, weil die eine total gute Laune verbreiten. Und vielleicht mal so eine kleine Anekdote am Rand. Ich mag die Jungs, wie ich schon gesagt habe, super gern. Ich finde die Musik einfach klasse. Das ist so eine gute Launemusik. Und bei irgendeinem Konzert, ich glaube, es war bei der Altonale, habe ich gedacht, was ist denn mit dem einen los? Wann hat der denn so eine komische Brille? Und dann habe ich hinterher nach dem Konzert, meistens sage ich den Leuten ja immer, dass ich sie toll finde. Und nach dem Konzert habe ich dann gesagt, sag mal, was hast du denn für eine Brille? Die sieht doch total scheiße aus. Und dann sagt er, ja gut, ich habe die halt. Und hinterher tat mir das so leid. Dann bin ich noch mal hingegangen und habe gesagt, also das mit der Brille, das hätte ich nicht sagen sollen. Das war ein bisschen daneben. Aber eure Musik ist einfach total klasse. Ja, und jetzt kommt iFire zwischen Frühling und Herbst. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Stefan, mache hier Musikredaktion. Ich liebe Musik, höre eigentlich fast Tag- und Nachtmusik beim Aufstehen überall, wenn es irgendwie geht und tanze auch gerne dazu. Den Clip, den wir jetzt sehen, ist von der coolen Band Zeitmaschine. Gar nicht wahr, sondern von Schrottgrenze. Aber der Song heißt Zeitmaschine und die schmeißen wir jetzt an. Zeitmaschine von Schrottgrenze. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018